Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der zweiten Etappe des Saarhochwaldweges unterwegs. Die Etappe geht von Göttelborn bis nach Wiebelskirchen. Die Tour hat etwa 23 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann kommt mit. Guten Morgen! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020